Seid ihr herzlich willkommen. Tagesimpuls am 18. Oktober. Du hast das Gefühl, es ist alles auf den Kopf gestellt. Es passieren gerade Ungerechtigkeiten, auch beruflich, vielleicht sogar auch privat. Und du bist etwas traurig, schaust andere Menschen an und denkst, sie haben so viel Glück oder sie sind besser als ich. Was wichtig ist, du darfst dich nicht mit anderen vergleichen. Versuche alles mit anderen Augen zu betrachten. Du bist wichtig. Du hast auch was zum Beten. Du hast auch Talenten und Fähigkeiten und du kannst dich beweisen, auch wenn Ungerechtigkeiten erlebt hast. Du hast eine Zukunft. Steh zu dir selbst. Dann beginnt eine neue Phase in deinem Leben und das so, wie du das wünschst, wie du das vorstellst. Und das war der Tagesimpuls. Es besteht die Möglichkeit, bei mir Orakel zum Buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera Und ich wünsche euch das Gute.